Ort und Ortsname sind slawischen Ursprungs. Die Gründung dürfte vor 1000 gelegen haben, da später keine wendischen Ortsnamen mehr vergeben wurden. 1791 war ein so starker Wolkenbruch, dass 225 Schafe in den Fluten mitgerissen wurden. 1891 war ein so starker Wolkenbruch, dass 225 Schafe in den Fluten mitgerissen wurden. Uns begleiten die Endzeilen eines Gedichtes von Eduard Möreke. Bist du klüger als sie? Magst du es sagen? Fort, wohl auf, halt uns nicht auf. Kommen andere nach, unsere Brüder? Da frag wieder. Ich sehe das Gedicht mit meinen eigenen Augen, ganz subjektiv. Diese Zeilen klagen mich, diese Zeilen klagen dich an. Wir geben keine Antwort, keine wirkliche Antwort. Es lohnt sich nicht, uns zuzuhören. Fort, wohl auf, halt uns nicht auf. Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass du eines Tages Rechenschaft geben musst? Du bist vielleicht da und hast weder dich noch die Welt verändert. Halt uns nicht auf. Bedenke, dir ist alles gegeben. Schau, wie viele tausend Momente der Gnade dein Leben gestaltet haben. Wie oft hast du aufgesehen zum Kreuz, gebetet und gehofft. Aber davon hast du nicht gesprochen. Die letzte Zeile des Gedichtes lautet, kommen andere nach, unsere Brüder? Da frag wieder. Die anderen werden es richten. Die Jungen, die nach uns kommen, die haben dann auch die richtigen Worte. Kann stimmen, aber du hast die Jahre der Erfahrungen. Du hast das Wort Gottes gelesen, gebetet, gehofft, geliebt und auch gehandelt. Das macht dich klüger. Du hast wirklich etwas zu sagen. Tu es einfach. Noch ist die Zeit dafür. Sei ein fröhlicher Zeuge seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit, seiner Kraft, seiner Herrlichkeit. Du magst es sagen. Du magst es sagen. Du magst es sagen.